Herr Kleinstädter, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wissen Sie, Herr Doktor, ich würde gerne 100 Jahre alt werden. Ist das möglich? Ja, das ist durchaus möglich. Da muss man nur ein bisschen was am eigenen Lebensstil tun. Trinken Sie? Nein, ich bin absoluter Abstinenzler. Und wie viel raufen Sie so am Tag? Rauchen tue ich gar nicht, Herr Doktor. Ich habe mein ganzes Leben nicht eine Zigarette angefasst. Wie sieht es denn bei Ihnen mit dem Sex aus? Sex spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle. Sie müssen wissen, ich habe so ein bisschen Angst vor den Frauen. Und wofür wollen Sie in Dreiteufelsnamen über 100 Jahre alt werden? TUNE Vielen Dank.